Wir an der Sonne entgegen, yeah! Wir sind in Österreich. Da, erstmalig. Ciclovea-Alpha-Adea-Radweg. Im Turbo-Boot hat Google-Boot. Guten Morgen vom Campingplatz am Königssee. Die Nacht war sehr regnerisch. Wir konnten aber einigermaßen gut schlafen. Es gab mal eine Passage, da konnte ich nicht so gut schlafen. Aber sonst war es okay. Jetzt haben wir gerade das Zelt komplett im Regen und nass eingepackt. Aber es ist ja nicht so schlimm, weil wir es ja heute Abend schon wieder auspacken. Und dann modert das nicht ein. Ja, das Tagesprogramm sieht vor, dass wir jetzt vom Königssee nach Salzburg übersetzen. Das wird der Mozart-Radweg sein. Dort holen wir uns dann Mozart-Kugeln und machen uns auf den Weg die ersten Kilometer, den Alpe-Adea-Radweg, bis Halleim. Da werden wir dann wieder zelten. Wir sind gerade vom Campingplatz runtergerollt und fahren jetzt durch den Regen. Die Regensachen sind größtenteils griffbereit. Sandalen, weil Schuhe eh nass werden würden. Also die Sandalen lieber an. Die trocknen dann auch gut. Anne, alles okay? Ja, ja, alles okay. Nach Regen kommt die Sonne, oder? Gut. Ja, nach Regen kommt die Sonne. Und dann kommt die Sonne, oder? Gut. Ja, nach Regen. Das hat uns hier jetzt angemacht. Ja. Ja. Frisch gestärkt geht es jetzt weiter und wir sehen Mario heute in der kompletten Kombination der Regenkleidung. Besonders schick. Ja, tschau, Arsch. Sind diese Torben Überzieher? Ja. Ich habe mich entschlossen, diese Torben-Teile noch nicht drüber zu ziehen. Mal sehen, wie lange ich es für heute durchhalte. Wie hat der Sonne entgegen? Yeah. Man kann die Sonne ein bisschen erahnen. Wie hat der Sonne? Ja, sprich. Wie hat der Sonne? Ja. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Wir sind in Österreich. Ja, super, geschafft. Im Salzburger Land. Ich spüre schon, es wird deutlich ein Kicken wärmer. Also spätestens jetzt spüre ich Kaiserschmarrn-Hunger. Ja. Die Sonne spiegelt sich in der Straße. Salzburg in 6,5 Kilometern und Mozartradweg. Ich mag eine Moterkugel. Ich auch. Und am liebsten heute zu einem Kaffee. Da vorne sieht man etwas Sonne und ein Gipfel. So, che Yanke rum. So, ja. Und midden. So und hier ist es, Konditor F. Fürst, da holen wir uns jetzt Mozartkugeln. So, wir waren jetzt gerade beim Café Fürst Kuchen essen und Kaffeetrinken. Also einen verlängerten hier jetzt. Stimmt, genau. Verlängerte heißt das hier. 20 Mozartkugeln haben wir auch und jetzt starten wir hier unseren Alpearia Radweg. Genau. Los geht's. Sieht eine echte Salzburger Mozartkugel, die ich jetzt schon gar nicht aufklick. Jetzt gleich auf. Freispiel. Ja. Die ersten Meter auf dem Alpearia. Genau. Ab. Das ist der Campingplatz für heute. Dann wechseln wir jetzt hier mal über die Brücke. Da. Erstmalig. Ja. Unglaublich. Aber warte mal, wir müssen nach vorne gucken, Mario, weil da kommen hobbelnde Reiter. Und der ist echt auf dem Fahrrad mit der Mozartkugel. Ja. Ja. Schmeckt ja wohl, ne? Mannschaften. Das ist das letzte Mal. Bis zu Deutschland. Schmeckt ja wohl, ne? Ja. Gadgeteinen Notisch. Ja. Und jetzt ganz rein. In welchem Modus fährst du? Ich fahre im Eco-Mozart-Tugel-Modus im Gegensatz zu dir, du fährst im Turbo-Mozart-Tugel-Mozart. An dieser Stelle verlassen wir den Radweg und fahren hier rechts Richtung Campingplatz. Da haben heute wohl welche geheiratet und deren Haus wurde verbarrikadiert. Zuhause ist es am schönsten. Wir sind da. Das ist wohl ein Gasthof bzw. Hotel und da vorne geht es dann zum Campingplatz. Platz haben wir hier noch reichlich. Das sieht gut aus. Office, Anmeldung, genau. Da geht es rein. Wir haben uns jetzt hier ein Zimmer genommen. Zelt wollte er auch wegen Sturmwarnung nicht nehmen. Ach Gott, wie süß. Sehr schön. Für unsere Luxus. Ja, das stimmt. Eigenes Bad. Ja, mit Fernseher. Das Zelt trocknen wir hier auch irgendwie. Ja. Alles klar. Passt. Bei mir könnt ihr nochmal den Campingplatz sehen. Er ist eher klein und in gelb hinter mir ist das Sanitärhaus. Das war es dann auch vom heutigen Tag. Wir schauen jetzt heute Abend noch Fernsehen und hoffen, dass es morgen trockener wird. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Bis zum nächsten Mal. Teil primeira Abit read PAR. Er rupert stata den Sinn. Ja oder不. Ach cosecha. Untertitelung des ZDF, 2020